Kiki und Rikki, das ist echt der Hammer mit euch. Das macht so viel Spaß. Oh ja, ich bin jetzt ganz außer Puste von den Rumgespringen hier. Das Trampolin macht am meisten Spaß, wenn du Mogi dabei bist. Weil wenn du springst, dann kriegen wir so hoch in die Luft. So hoch. Das ist lustig. Kiki, dein Waldo, der war echt klasse. Ach Mensch, das wäre so cool, wenn das immer so bleiben könnte mit euch hier zusammen. Stimmt, ja. Solche guten Freunde wie ihr welche seid, die findet man nicht oft. Das stimmt. Aber diesen Sommer muss ich in die Savanne. In dieser was? Na, in die Savanne. Aber hier im Buchholz gibt es doch eine ganz große Wanne. Da passen wir doch alle drei rein. Ach, wecken du Spaßvogel. Ich meine doch die Savanne in Afrika. Afrika? Das ist doch ganz, ganz weit weg. Ja, das ist weit weg. Und was machst du dort in Afrika? Na, wisst ihr, meine Oma hat doch Geburtstag. Und wenn die, ihr kennt doch die Omas, wie die so sind. Die wollen immer alle Enkel um sich haben. Aber, aber was ist denn mit uns? Dann sind wir ja hier ohne dich. Ach, ich hab ne Idee. Ihr kommt einfach alle mit. Das wäre ja ewig cool, Urlaub in Afrika. Aber wir haben doch die ganzen Kinder hier, um die wir uns kümmern müssen. Kein Problem. Die kommen alle mit. Boah, ja, das ist cool. Und dann machen wir das Camp in Afrika. Kiki Camp im Reich der Löwen. Das ist ja der absolute Hammer. Das wird Löwenstart. Dieses Jahr geht alles drunter und drüber. Weil wir uns in diesem Jahr nicht alle an einem Ort gemeinsam treffen können, wird es ganz, ganz viele Standorte geben. Bestimmt ist ein Standort ganz in deiner Nähe. Auch wenn wir an vielen verschiedenen Standorten sind, machen wir vieles gemeinsam. Zum Beispiel den Lob, Reis, die Themen und Spiele. Oh ja! Lass uns nicht lange hängen. Und meld dich an. Auf www.kiki-bautzen.de Da gibt's auch weitere Infos. Auf nach Afrika! Davarien-Dämmer! Was heißt denn das nun schon wieder? Das ist Ur-Heli und heißt Gute Reise. Aha! Hast du dich wohl nicht vorbereitet, hä? Was macht der Rikki in Afrika? Frag ihn mal! Frag mich mal! Was macht die Rikki in Afrika? Frag mich mal! Was macht die Rikki in ENDS? Was macht die Rikki in Afrika? Geist Sophos? Bis zum nächsten Mal.